Hallo liebe Fußballfreunde, meine Damen und Herren, ich finde der Sankt Gute-Verein ist auch ein richtig guter Mannschaft ist, auch Neuaufsteiger ist, wegen auch. Ich will den Hof und den Berg mit dem Weitermachen nie aufgeben, im dritten Lieder deckt das Kanz und Welle ist euch da, aber wo sie buchen, wo sie kuchen, weil es nicht klappt, aber bleibt aber dritte Liga. Meine Meinung von der Pelleplatz Rang 11, der Pelleplatz Oldenburg kann sowas immer schaffen und bitte weiter so und nie aufgeben. Diese Wand, die stark gedämpft ist, von Oldenburg, da wird es so nie aufgeheben. Und auch noch, kann dritte Liga bleiben, aber der Pelleplatz Rang 11, das ist meine Meinung. Viel Spaß dir. Ich habe einen YouTube-Kanal, heißt Fußballfreunde, das könnt ihr mich abonnieren, Darm oben machen, Glocke machen und Kommentare schreiben. Und viel Spaß von diesem Video von meiner Meinung von Oldenburg.